Wenn man die Sachen da oben berührt, wie zum Beispiel bei Crash. So, und dahinten müssen wir aufpassen, weil hier geht es weiter runter und da sind wir don't, glaube ich. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Alter, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach Gott. Oh. Nee, natürlich kommt er nicht hier hin. Ach, weiter klar. Ich dachte, wir würden jetzt nochmal was Feines kriegen, aber nein. Geben die Sachen eigentlich Sachen her? So, jetzt sind wir wieder an der Stelle wie eben. Okay, ich dachte eigentlich, ich müsste es wegschießen, damit ich drunter stehen bleiben kann, aber ich muss durchrutschen. Das ist mir eben überhaupt nicht aufgefallen. So, wir haben jetzt bestimmt wieder null Leben. Ja, natürlich. Ich freue mich an das, ey. Ich könnte Müll hier nochmal machen. Fick dich doch, du Horst, ey. Fickt euch. Dankeschön für diese kleine Energie. Vielen Dank. Wir sind jetzt... Oh, okay. Das ist... Oh, ich habe den gar nicht gesehen, dass der da stand. Wow, Gottes Willen. Das ging ganz gut. Nein. Okay, das war gut. Das war gut, das war gut, das war gut. Das ist nix. Die geben nie was her, das ist voll blöd. Das ist nämlich voll... Oh, geil. Okay, ähm... Da wir nur noch null Leben haben, werde ich direkt Pharao-Man ausrüsten und toffen. Oh, Moment. Die kann man auch aufladen, das wusste ich ja gar nicht. Also, man kann die alle aufladen. Okay, das bringt bei demnächst. Okay, ähm... Aber ich glaube, den würde ich mit meinem normalen Schuss kaputt kriegen. Das heißt, das werden wir jetzt nochmal machen und die Stage ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, was ich da das letzte Mal hatte. Wir werden nochmal das mal probieren. Einmal mit meinem normalen Buster-Gerät und einmal mit dem von... Ähm, Pharao-Man. Haben wir direkt der Bacon? Ja. Wir kriegen das hin. Der Anfang ist jetzt zwar ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen arschig. Aber... Wir kriegen das hin. Ich bin einfach nicht so gut dafür. Aber wir kriegen ja hier wieder... eine Aufladung, das ist schön. Wir kommen jetzt ja große, ne? Sehr schön. Bäh! Okay. Ach. Das war Glück, dass der mich nicht getroffen hat. Oh, ne große Energie. Aber ja, okay. Wir scheißen einfach drauf. Uiuiui. Ich hasse diese Viecher. So, vielleicht kriegen wir noch... noch was Geiles von, ähm, dem... unserem spendablen Heini. Fick dich, Mann. Können wir das triggern, dass er das vorher loslässt? Ja. Oh, Leben. Ja, nehm ich gerne. Das ist schön. Vielleicht geben wir jetzt auch noch ein bisschen Energie von den Meat holst hier wieder. Ja, ich rushe jetzt hier ein bisschen durch. Es tut mir leid. Oh, Mann, ich vergesse den, dass der hier steht, der Arsch. So, das ist eine tricky Stelle, ich mag die nicht. So, kriegen wir hier noch irgendwas Geiles? Ich habe ein großer, springt hier nochmal rum. So viel war das. Rath. Was schießt du? Nein, wir haben ja immerhin ein Leben mehr. Mithul, da wenn es vielleicht was gibt. Nö, natürlich nicht. So, was war hier? Gar nicht mehr, ne? Anwesung großer. Und das war's jetzt aber. Ja. So. Aufladen. Und gucken, was passiert. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also meine Idee ist es eigentlich, dass ich kurz bevor das Ding bei mir ankommt, hochspringe und das dann unter mir explodiert. Ich versuche das jetzt nochmal mit Pharao. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, das hätte ein bisschen mehr, einen Ticken mehr abgezogen, als mein normal aufgeladener Schuss. Genau so. Oh, scheiße. Oh Mann, der springt da immer drüber, der Penner. Das war sehr gut. Ah, ich dachte, der wird springen. Ach Mann, komm, du hast noch zwei Dinger. Ach, bist du jetzt nicht dein Ernst? So, Billo Tui, ey. Dankeschön. So, wunderbar. Das muss ich mir aufschreiben. Okay. Okay. A, D, C, D, E, F. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast es schon. Du hast den Nassau. 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 Du hast den Nassau und Kau. Okay. Alles schön aufschreiben. Ich weiß, ich könnte das eigentlich im Nachhinein vom Video nehmen. Aber ich mach das jetzt. D1, A2, A2, B2, B4, C5 und E3. Gut. Da wir jetzt Dustman haben, geh ich noch mal zu Skullman, weil ich hab irgendwie das Gefühl, dass Dust und Skull zusammenpasst. Wir machen nämlich aus dem Schädel Staub. Wir kriegen das hin. Und wie wir das hinkriegen. Kleine Energie ist immer wieder voll, das ist schön. Da kommen wir nicht hin. Alles okay. Wo waren denn diese Schwingdinger? War die mein Fahrummann? Würde ja an sich Sinn machen. Also so Fallen und sowas, ne? Ein Leben. Drei haben wir. Muss man die eigentlich so machen? Da bin ich irgendwie nicht gesprungen. Achso, hier unten war die Energie. Hier war da noch so einer. Oder kam der hier hinten? Hier hinten war der. Den ignorieren wir jetzt aber. So, was hast du für mich? Ja, ist okay. Ein Leben haben wir ja eben schon bekommen. Also war das eigentlich das Beste, was wir kriegen konnten. Außer halt noch ein Leben. So. Hier müssen wir hin. Feuer reingesprungen. Feuer reingesprungen. So. Sehr schön. Das war doch mal... Wie man das machen muss. So. Jetzt kommt glaube ich gar nicht mehr so viel, ne? Aber hier nochmal. Oh. Voll reingesprungen. Die könnte auch immer so schön dran erkennen, wie präzise ich's lyukomisiert habe. Bis zum nächsten Mal.